Was ist das denn? Habt ihr das gelesen? Taxman? Jetzt will jemand Steuern haben. Dem hau ich auf die Schnauze. Da kriegt keiner Geld von mir. Ich hab mir das Land ganz legal ehrenhaft einfach genommen. So, ihr trainiert jetzt mal mit Hochdruck, würde ich sagen, zu Hause. Der wird wahrscheinlich am nächsten Tag kommen. Da bin ich gespannt. So, wie viel haben wir dabei? 36, 40, 42. Jetzt haben wir 40. 100. Ja, über 4000 kriege ich auf jeden Fall raus. Tag. So. Jetzt können wir endlich das Zeug loswerden. Ich müsste auch eigentlich Hemd kaufen. Wir hatten alle 4. Jetzt haben wir 8, 4. Ah, das ist ein Trottel. Hast du sowas? Hast du so echt etwas? Mann, Mann, Mann. Äh, was brauchen wir noch? Random Furniture. Würde ich sagen, brauchen wir nicht. Was ist das? Nein, nein. Nein, 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 nein. Fuel. Hier, da nehmen wir auch ein paar, ne? So, 6 Stück. Jetzt nehmen wir noch einen geilen Typen mit. Oder? Gucken wir erst mal, was der hat. Nicht, dass ich da was übereile. Ja, der hat was zu mampfen. Ansonsten bräuchte ich da aber nichts von, was ist mit ihm hier? Okay, genau. Naja, der ist mir, der ist mir, der ist mir zu suspekt. Ja, komm. Sehr gut. So. Let's move. Yo. Ich muss mich auf den Steuermann vorbereiten. Was auch immer das für einer ist. Ey, wenn der jetzt nur alleine ist oder zu zweit, dann mache ich den voll nieder. Da darf nur keiner herausfinden, wer es gewesen ist, ne? Und dann würde ich auch sogar die Körper nehmen. Hört sich jetzt so fies an. Ich würde die Körper nehmen und irgendwo anders hinlegen. Also weit weg. In den Sumpf irgendwie. Bis irgendjemand anderem in die Schuhe schieben. So, wie viel Brot haben wir denn gemacht zu... Ja, eins. Geil. Das ist ja mal richtig gut. Braucht sechs Books. Wow. Schöne Häuser kann ich dann bauen. Cooking habe ich doch... Habe ich das nicht schon? Leute, Leute. Das ist... Ne, komm. Zack. Häuser. Jetzt bin ich mal gespannt... Was das tatsächlich gibt. Ich lasse ihn hier. Ich lasse Ginz jetzt hier, weil ich nicht weiß, was mit diesem Knaller ist, der hier Steuern eintreiben soll, will. Ja. Ob er das schafft. Das ist wieder eine andere Sache. Ich bin gewillt, wenn es eine kleine Gruppe ist, komplett hemmen zu gehen. Okay. Die großen Gebäude sind erforscht. Oh, die größeren. Schauen wir einfach mal, wie die aussehen. Yes. Da ist es schön. Longhouse. Longhouse. Hallo. What? Oh. Ist das cool. Es ist so cool. Wir brauchen... Was ist das? 35... 35... 24... Ich mach so ein Longhouse, oder? Yeah. Ist das geil. Wo ist der Eingang? Oh, außen. Ah, schade. Cool. Power Consumption. Eins. Und immer noch... Kein... Oh, oh. Was ist das? Stopp. Pause. Was? Was ist das hier? Ihr seid... Lappen seid ihr, ne? So, eben kurz. Solches riskieren... Ich... Moment, ich speichere mal. Okay. So, jetzt gehen wir mal durch. Jetzt mach ich alle mal weg. Also joblos. Und dann packen die Leute auch mal ihre Tonisse ein. Ja, und dann würde ich sagen, geben wir denen mal, ne? Lass die nochmal kommen. Überraschen die. Äh... Von... Frontal. Was ist der Leader? Wieso Following Leader? Following heißt doch Folgen. Und du bist der Erste. Also müssen die die doch... Die sind doch auch gar nicht feindlich, ne? Oh, nee! Endlich mal wieder eine schöne Pulverei. Ich weiß nicht, zu dessen Gunst, wie es ausgeht. Ich hab gesaved. Jetzt machen wir kurz mal einen Abgang. Logan, was ist denn hier? Ja, immer schön aus dem Knie raus. Hat Peace keine Waffe? Los, Logan, Kugel! Logan und, ähm... Dieses Old Zeugler gefallen. Das macht null Sinn. Das ist eine knappe Kiste. Der Suchstand oder die Suchstand auch nur rum. Wie macht die denn da? Genau! Nimm mal ins Kreuz! Da ist Old Zeugler wieder. Er hat nur angetäuscht. Da kugelt er sich wieder. Oh, nein! Nein! Gib mir... Die hat keinen Bock zu kämpfen. Warum nicht? Wir müssen eine Kämpferwuppe bekommen. Nice. Nice! 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 So, Logan, du bist wieder der Sammler. Ich finde es lustig, dass es bei einem Knüppel so ein Metallgeräusch macht. Oh, shit! Ich habe keine Waffen mehr. Ich habe keine Waffen mehr. Und so kann sie sich auch mal was anziehen gleich. Weil... Die brauchen ja nicht alle mehr was zum Anziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob er... Bisschen unübersichtlich hier mit den Leichen. Danke. Peace! Du hast auch noch nichts an, ne? Kriegst auch mal so ein Teil. Da sind wir doch eigentlich alle happy, oder? Hat doch keiner was... So nichts passiert. Alle verbunden... Wir müssen nochmal verbinden. Das ist so nicht richtig. I don't have a medical... Aber er hat doch, oder? Er hat... Old Soldier, du musst mal... Was uns zum nächsten bringt... Hallo. Wir müssen lernen... Selber Medikids herzustellen. Wenn wir jetzt natürlich den Text Hannes angreifen wollen... Das war natürlich dann eine schlechte Idee. Bis jetzt ist er nicht da. Vielleicht verpisse ich mich einfach für ein paar Tage aus dem Dörfchen. Und dann kann er mir mal gestohlen bleiben. So, Plank... Plank... What? Du hast... Ach, du hast ein... Ach, das ist ein Splint-Kit. Ja, lenkt mich einer fett? Sag mal... Sag mir das doch. Gut. Logan... Geht wieder an Job. Ihr seid... Ihr seid gut drauf, oder? Leute, ihr seid so gut drauf. Haben wir denn irgendwo einen Leader? Ich sehe keinen Leader. Wo ist der Leader? Scheiße. Wir haben gerade niemanden abgeschlachtet. Ach, die schaffe ich nicht. Ähm... Ich habe nur 3.000. Das ist so... Ähm... Wie? This Weeks? Warum? Ich zahle... Ah... Ich... Ich... In... 66, 54... Arschlöcher... Oh, Sue ist immer noch auf dem Weg. Ja, nice. Er kommt hier ran. Ihr braucht das nicht. Ja, was leert uns das? Ich weiß es nicht. Nicht viel. Du machst jetzt den Ingenieur. Zack. Old Soldier. Du gehst weiter hierhin. Logan. Skins. Wie schnell ist Skins? Die sind alle am humpeln. Das sieht aus. Das ist schlecht. Das ist ganz und gar schlecht. Ah. Okay. Scratch. Guck mal her. Left Leg. Das fällt ja auch schon ab. Letztendlich. Twitch. Plank. Ähm. Skins. Ja. Hat ein bisschen Verteidigung gelernt. Peace. Was ist mit Peace? Geht ran. Boah, du bist ja richtig schnell. Für eine von meinen Leuten. Und da bist du, hat Skins hilft auch mal. Die muss ja nicht laufen, Skins. Du kannst ja hacken und die andere bringt dann da Zeug rüber. Wo würde ich das jetzt machen? Ja. Keine Ahnung, wie ich dem entgehen kann. Diesen Textes. Tag 13. Also Tag 20 müsste sie dann wiederkommen. Wie ich das sehe, oder? Ist ja was. Das hat überhaupt keinen Sinn. Hallo. Twitch. Scratch. Switch. Du bist ja viel schneller. Du bist ja richtig, richtig eine Rakete. Ja, das dürfte gerade reichen für das Gebäude hier. Aber da muss ich schauen, da muss ich Geld reinkriegen. Und das geht nicht, dass ich einfach abbaue, abbaue, abbaue und das dann verkaufe. Ich brauche Leute hier. Du bist ja süß. Rethink